So, wieder da rein und mal gucken. Leg das mal aus und dann guck ich mal, ob ich nicht den Kollegen erwische. Hm, ich versteh's nicht ganz. It's attached to something. Kann man hier in dem Raum das sehen? Ne. Warum liegt das denn? Hm. Das blinkt nicht mehr. Wtf? vielleicht wenn es nicht blinkt vielleicht kannst du es dann aufsammeln also ich muss den ganz aus tricksen ja gut ja okay sehr gut ja ok 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 ich habe sehr gecheckt dann schaue ich mir das mal an ja eins davon gehört noch zum tiger oder was ja dann möchte ich dann mal auf in richtung tier wo war der tiger da lang war der hier unten kann sein ne wo war der denn doch doch klar ja die tür die unten gebrochen wurde von dem kollegen die musik ändert sich immer finde ich nicht so schön da habe ich immer das gefühl da passiert gleich was ganz nues verdammt die falsche richtung verdammt die falsche richtung da muss dann noch was cooles dabei sein hier durch die auch da rein da rein hier rein alter sieht doch auch mies aus da alles alter schwede so was sagt er das blue and yellow light tiger assassin cd i will take the modisk jetzt habe ich aber noch einen roten gemstone wofür ist der brauche ich den überhaupt oder hätte der tiger mich angegriffen hätte ich das noch benutzt okay das ist rückwärts rückwärts hier räum rückwärts brett rückwärts das 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 erst mal Nix dafür. Einen Aufzug brauchen wir das bestimmt nicht. Denk ich mal. So, hier unten sonst noch was? Nee. Gut. So. Dann bring ich den Scheiß erstmal weg. Nehm ich. Ja doch. Dann gehe ich hier oben direkt hin. Liegt ja auf dem Weg sogar. Dann kann ich... Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Ich hätte aber auch gerne herausgefunden, was passiert wäre, wenn ich das jetzt da reingestopft hätte. Vielleicht wäre er ja ein Wüten geworden. Vielleicht wäre er zu einem Tiger-Zombie geworden. Der Tiger-Zombie. Oder man hätte ihn kontrollieren können, so wie in Far Cry 4. Da lang oder hier? Da lang. Nee. Da lang. Ich will ja jetzt speichern gehen. Ja. Speichern. Wo ist die Leiche da unten hin? Da frage ich mich. Na ja. Aua. Scheiße. Ich komme immer gegen das Mikrofon. Das ist nicht so gut. Ach ja. So. Alles weg. Erstmal Helmet Key muss ich noch irgendwo benutzen. Ja. Ja. Und speichern werde ich auch mal. Ich habe ja noch. Ups. So. Speichern bitte. 20. Raus hier. Okay. No problem. Aber warte mal. Am Ende hier braucht man da auch einen Helmet Key. Ja ne. Aber da waren die schnellen Zombies. schaue ich nachher noch mal nach. Schaue ich nachher noch mal nach. Da bin ich ja schon in der Richtung. Ja. Die Tür. Es lag von der anderen Seite. Okay. Bitte keine schnellen Zombies. Okay. Da geht es hoch. Und da müsste es eigentlich auch am Ende den Helmet Key. da muss man den benutzen. Glaube ich. Okay. Und das war mein letzter News dafür. Schauen wir mal. Wo ist das denn hin? Sag mal. Green Herb. Noch so'n Ding. Kann man die tatsächlich einfach kombinieren? Ja. Wo ist das denn jetzt? What the fuck? Die Kamera macht nicht so'n Ding. Die Kamera macht nicht so'n Ding. Waaah. Fucking shit. Nein. Nicht das wie ich äh. Ich hab doch kein Serum. Na gut. Wenigstens ist es ein Feind, den ich kenne. Und den ich auslösen kann. Oh shit. Da ist Poison drin, ne? Oh. Ich bin so doof. Poison gegen ne Schlange. Nicht doof. Waaah. Not bad. It is learning. Ich guck mal draus jetzt. Das ist mies. Das ist mies. Komm her. Komm, Schlange, Schlange. Mist. Mist, 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 Mist. Caution. I will be very cautious. Fuck. Okay. Okay. Mist. Okay. Was machst du denn jetzt? Tot bist du. Oh, danke schön, Schlangen. Die wollten mir eigentlich nur was zeigen. Und die hat die ganze Zeit gesagt, ey, bleib doch stehen, ich will dir nur was sagen. Ich wollte dir nur zeigen, wo du so ein tolles Item bist, was du kriegst. So. Ja, geil. Ich bin komplett am Arsch, ich habe keine Money mehr. Boah, klasse. Egel of South und Wolf of North. Ja, dann sollte es hier jetzt ein Wolf-Dings drin sein, wa? A Metal was hidden inside the book. Metal of the Wolf. Okay. Ah, shit, ich habe keine Money mehr. Mann, 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 Mann. Da komme ich her. Kann ich mir die Munition wieder aus der Schlange holen? Wofür ist das denn hin? Warum ist es denn dann da? Komisch. Geh weg hier. Bevor die Schlange wieder aufwacht. Wird das Viech. So. Gut. Lief da eigentlich gar nicht mal so schlecht. Außer, dass ich gar keine Munition mehr habe. Und, äh, ja. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Da habe ich alles. Ach, keine Ahnung. Ja, da unten, die Tür. Vielleicht kann ich da Wolf und Dingens und, äh, Adler benutzen. Aber als erstes muss ich mir, meine Scheiß, ey, ich muss die Waffen austauschen, alle. Shotgun ist nutzlos. Huch. Fuck. Falsche Richtung. Alter, da nicht. Nicht falsche Richtung, sondern, äh, falsche Tür. Die daneben direkt. Da nicht. Das war nicht falsche Richtung. Ich bin vollidiot. Ich passe auch nicht auf. So, hier lang. Da lang. Zwei Schuss. Mein Arsch. So ein Scheiß, ey. Ist da noch ein Zombie? Ich hoffe nicht. Warum ist das? Hm. Wo kann ich den noch hin? Also, wahrscheinlich muss ich den Geheimraum finden, oder was? Weil, der wurde ja eben angesprochen. Oh, ich weiß es nicht, ne? Oh, ne. Ich gehe jetzt mal gucken, ob das da unten passt. Eines davon wenigstens. Wenn ja, dann hol ich noch den anderen. Wenn nein, dann stecke ich die beide weg. Weil, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Wenn nicht das hier. Nope. Vielleicht kann ich sie ja aneinanderstecken, oder sowas. Mist. Ja. Scheiße. Jetzt bin ich komplett am Ende. Ich weiß nicht, wo ich noch hingehen könne. Das Rebooting, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Naja, in der nächsten Episode werde ich einfach nochmal frisch drangehen. ausgeruht. Mit neuer Herangehensweise. Vielleicht werde ich ja dann Erfolg haben und wissen, wo ich hingehen muss. jetzt weiß ich es auf jeden Fall nicht. Gut. Toll. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich das hier nicht mehr gebrauchen kann. Das hier auch nicht. Und ich sollte das hier lieber mit damit aufladen. so. Genau, ich brauche noch First Aid Spray. Und die Wolf Scheiße. das Ding. Die Juli-Box. Vielleicht kann ich ja die beiden kombinieren. Die beiden. Wie denn? Wie denn? Öffentlich ist das. Das ist auch nicht unusual, oder was? Ja, mir wird ja nicht gesagt, wie groß die anderen Sachen alle sind. Wie soll mir das denn dann helfen? Das ist auch nicht unusual, oder was? Was ist denn mit denen los? Das ist ja verrückt. Ja. Ja. Speichern. Warte. Erst das auslisten, dann verrede ich das nächstes Mal. Use it. 21. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020